ich werde jetzt mal ein bisschen suchen und dann sehen wir uns gleich wieder ich habe bin halt wirklich hier nur runtergelaufen und ich habe direkt wieder eisen gefunden es ist so geil so viel eisen vor allen dingen ich spiele so mit meinem freund minecraft bedrock ich keine ahnung ich suche so lange reisen hier finde ich einfach so viel ich habe halt das wie das hier so die noch den mann wieso ist die fackele kaputt gegangen acht ja perfekt warte für eine hose brauchen wir noch mal wie viel warte mal nachgucken für eine hose machen wir so das sind 67 und wir haben es sieht so gescheatet aus mir fehlt genau ein eisen für full iron genau ein eisen es sieht so gescheatet aus mein kopf einmal noch ich gehe jetzt erst das andere eisen holen ich mache mir kurz eine hose so so fast voll iron sind wir das lasse ich kurz noch raten ich mache einfach so so ich mache das ist eisen muss so so das muss ich abbauen das auch zwei blöcke mehr so 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 ich bin schon vorbei noch ein eisen gut ja ich bin jetzt voll iron ja wir sehen uns wieder wenn ich das im ofen habe also das also das eisen abgebaut habe und es auf habe und halt einfach voll iron habe wir sehen uns wieder wir sehen uns wieder los go Vielen Dank.